Hallo meine Freunde und herzlich willkommen bei Elder Demon Highlander. Als allererstes möchte ich mich natürlich bei euch bedanken für das konstruktive Feedback, das ihr mir unter das Vampir-Upgrade-Video gepostet habt. Viele von euch haben geschrieben, dass die 400 Euro Upgrades einfach viel zu viel sind und dass ein Deckswitch mit Edgar Markov einfach nicht mehr im Rahmen des Videos passt. Das Ganze habe ich mir natürlich angenommen und habe für euch jetzt ein Mehr-Volk-Precon-Upgrade-Video vorbereitet, mit einer Grenze von 60 Euro statt 50 Euro, wie sich viele von euch gewünscht haben. Häufig ist es nämlich so, dass ich in den Precon-Upgrade-Videos nicht immer alle guten Karten vorstellen kann, die ich möchte, weil ich mich an die Grenze von 50 Euro orientiere. Deshalb sprengt dieses Video jetzt den Rahmen mit 60 Euro, ist aber näher daher an den 50 Euro dran, als an die 400 Euro aus dem letzten Video. Heute geht es allerdings um das Mehr-Volk-Precon-Deck mit dem Commander Hakbal of the Surging Soul. Eine grün-blaue Kreatur für insgesamt vier Mana, die es wirklich in sich hat, denn zu Beginn unserer Kampfphase kann jeder Mehr-Volk, den wir kontrollieren, erstmal exploren. Das bedeutet, wir decken die oberste Karte unserer Bibliothek auf und nehmen sie auf unsere Hand, wenn es eine Landkarte ist. Wenn es kein Land ist, dann legen wir eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke auf die Kreatur, die explored hat, und die Karte kommt entweder wieder oben auf unsere Bibliothek oder zurück in den Friedhof. Das ist natürlich vorteilhaft, wenn wir mehrere Mehr-Volk-Kreaturen haben und dann eine schöne Karte oben liegen haben, die unsere Kreaturen verstärkt, dann können wir sie natürlich wieder oben liegen lassen und verstärkt damit automatisch auch die nächsten Kreaturen. Haben wir eine Landkarte, nehmen wir sie einfach auf unsere Hand und das machen wir so lange, bis wir halt keine Landkarte haben. Wenn Hakbal übrigens auch noch angreift, dann können wir eine Länderkarte von unserer Hand zurück aufs Spielfeld befördern. Wenn wir es nicht machen, dann ziehen wir eine Karte. Wir haben also hier auch eine schöne Card-Draw-Engine in unserem Commander versteckt. Wer neue Hüllen braucht für dieses Deck, den kann ich nur die Sleeves von Ultimate Guard ans Herz legen, da ich diese sehr zu schätzen gelernt habe. Sie sind natürlich unser Partner und Sponsor des Kanals, trotzdem kann ich sie mit gutem Gewissen euch empfehlen. Wer also ein Hakbal-Deck baut oder ein anderes aus dem Set Lost Cannon auf Ixalan, für den habe ich einen Link in die Videobeschreibung gepackt, der direkt in den Online-Shop führt. Wenn ihr also unseren Kanal etwas unterstützen wollt, dann bestellt doch am besten direkt über diesen Link, denn dann erhalten wir eine kleine Provision. Zudem gibt es hier auf diesem Kanal noch den legendären Underworld Championship. Dies ist ein Commander-Gameplay-Format, das Steffen und ich moderieren. Vier Leute treten gegeneinander an und kämpfen um den Titel Underworld Champion. Auch zu diesem Video habe ich selbstverständlich einen Link in die Videobeschreibung gepackt. Ebenfalls kann ich verkünden, dass wir zu dem Set Lost Kevin auf Ixalan eine Spezialfolge drehen werden, so wie wir es schon bei Wilds of Eldraine gemacht haben. Also unbedingt den Kanal abonnieren und kein neues Gameplay-Video verpassen. So, das war jetzt genug Werbung in eigener Sache. Ich habe natürlich wieder eine Elder Demon Highlander Einkaufsliste für euch vorbereitet für dieses Precon Upgrade Video. Hier auf dieser Einkaufsliste tauchen nachher 10 Karten auf, die ich in dieses Deck reinpacken würde. Selbstverständlich erkläre ich euch auch, welche 10 Karten ich stattdessen rausnehmen würde. Insgesamt kommen wir hierbei auf 58 Euro. Hierbei habe ich mich an den 30-Tages-Durchschnitt von Card Market orientiert. Dies ist natürlich unbezahlte Werbung. Wir erhalten kein Goodie oder irgendeine Vergütung von Card Market. Allerdings brauche ich irgendwo eine Plattform, von der ich irgendwie die Preise mir anschauen kann und als Referenz heranziehen kann. Da Card Market bei euch allen sehr wahrscheinlich die Plattform eurer Wahl ist, um Karten zu bestellen, habe ich mich auch entschieden, meine Preise daran zu orientieren. Karte Nummer 1, die ich rausnehmen möchte, ist Coral Helm Commander. Naja gut, das ist eine Mehrvolk-Kreatur, die auch noch Commander im Namen hat. Eigentlich müsste sie doch eigentlich prädestiniert sein für unser Deck, oder? Naja, was mir nicht so ganz gefällt an dieser Karte ist die Level Up-Mechanik. Ich habe sie eigentlich damals ziemlich gefeiert, weil es die Kreatur in irgendeiner Form wieder verändern kann. Allerdings empfinde ich das hier als ziemlich schwach. Wir müssen erstmal zwei blaue Mana bezahlen, um hier einen Mehrvolk zu erhalten. Und dann ein generisches Mana, die wir ausgeben können nur als Hexerei, um sie dann zu pumpen. Und dann müssen wir auch noch zwei Marken draufbringen, damit es eine 3-3er-Kreatur wird mit Flugfähigkeit. Und erst bei vier oder mehr Marken haben wir hier einen Bonus, der anderen Mehrvolk-Kreaturen plus eins plus eins gibt. Das Mana brauchen wir in unseren Zügen meistens, um andere Mehrvolk-Kreaturen auszuspielen und wollen nicht diesen schönen Korahelm-Commander hier auch noch leveln. Sollte er einmal hier hochgelevelt sein, dann wird er auch super schnell das Ziel unserer Gegner. Was wir natürlich vermeiden wollen, da wir in einem Mehrvolk-Deck davon ausgehen oder die Strategie nutzen wollen, möglichst viele Kreaturen aufs Board zu bringen, um unsere Gegner zu überrennen. Wir wollen nicht einzelne Kreaturen, die unser Augenmerk erhalten. Stattdessen möchte ich die Mehrvolk-Kreatur Tassas Orakel in dieses Deck reinpacken. Sie kostet zwei blaue Mana oder zehn Euro auf Kart-Market aktuell. Das Tolle an dieser Kreatur ist allerdings, dass sie eine alternative Win-Condition direkte mit sich bringt, wenn sie das Spielfeld betritt. Unsere Gegner haben also gar nicht mehr so richtig die Zeit, auf diese Kreatur zu reagieren. Denn selbst wenn sie diese Kreatur zerstören, der Effekt liegt trotzdem auf dem Stack und wir können das Spiel theoretisch gewinnen. Hierbei ist es nämlich so, dass wir uns die obersten X-Karten unserer Bibliothek anschauen können, die gleiche der Anzahl an Devotion zu blau ist. Also alle blauen Mana-Symbole auf Kreaturen oder bleibenden Karten, die wir kontrollieren. Wenn X dabei allerdings größer ist als die Anzahl an Karten in unserer Bibliothek, dann haben wir das Spiel gewonnen. Und das sollte mit unserem Commander kein Problem sein. Denn theoretisch könnten wir mit Hackball zu Beginn unserer Kampfphase richtig viele Karten auf unsere Hand bekommen. Karte Nummer 2, die rausgeht, ist die Doppelkarte Commit bzw. Memory, eine Spontanzauber- oder Hexereikarte, die wir aus dem Friedhof dann spielen können. Ja, das Blöde an diesen Karten ist einfach, dass es zwei Karten auf einmal sind und mir gefällt es einfach nicht mit solchen Karten zu spielen. Ich meine für 4 Mana einen Zauberspruch oder eine Lichtland bleibende Karte wieder zurück in die Bibliothek des Beherrschers zu schieben an zweiter Stelle, ist auch gar nicht mal so schlecht. Ich mag es aber trotzdem einfach nicht und da können wir definitiv drauf verzichten. Die letzte Doppelkarte, die mir gefallen hat oder mehrere Doppelkarten, die mir gefallen haben, waren damals zum Invasion Block bzw. Apokalypse. Also das ist schon über 20 Jahre her. Seitdem, finde ich, sind keine nennenswerten guten Doppelkarten rausgekommen. Karte Nummer 2, die dafür reinkommt, ist Mystical Tutor. Eine Karte, die aktuell 7 Euro kostet und dieser Cycle an Tutoren ist gerade relativ günstig, da sie in Dominaria Remastered erst reprintet wurden. Bei Mystical Tutor ist es so, dass wir unsere Bibliothek nach einer Spontanzauber- oder Hexereikarte durchsuchen, sie natürlich vorzeigen müssen und danach mischen wir unsere Bibliothek und legen die entsprechende Karte oben auf unsere Bibliothek. Der Vorteil ist, dass wir uns hier eine schöne Spontanzauber- oder Hexereikarte raussuchen können, die wir benötigen und dann können wir sie natürlich in Kombination mit unserem Commander richtig gut nochmal nutzen. Wenn wir unsere ganzen Kreaturen nämlich zu Beginn der Kampfphase exploren, können wir die Karte, die oben liegt, natürlich erstmal bestimmen. So würde jede Karte eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke erhalten und die rausgesuchte Karte bleibt natürlich immer schön oben liegen. Dann, wenn die zweite Fähigkeit unseres Commanders triggert, dann können wir diese Karte ziehen. Alles in allem also eine ziemlich gute Synergie in diesem Deck. Karte Nummer 3, die ich rausnehmen möchte, ist Ruiners Intrusion. Eine Spontanzauberkarte für 4 Mana, die eine Artefakt- oder Verzauberungskarte exilen kann. Wir kriegen dann so viele Plus-Eins-Plus-Eins-Marken auf eine Kreatur unserer Wahl, wobei X gleich der Mana-Value der exilten bleibenden Karte war. Insgesamt auch gar nicht mal so ein schlechter Spontanzauber. Allerdings gefällt es mir nicht, dass wir hier nur ein Artefakt oder eine Verzauberung removen können. Ich meine gut, in grün können wir sehr wahrscheinlich nie irgendwelche anderen Sachen zerstören. Außer Kreaturen mit Flugfähigkeit zum Beispiel. Allerdings empfinde ich diese Bedingungen hier zu speziell. Meistens ist es nämlich so, dass man im Commander Match gar nicht so teure Artefakte draußen liegen hat. Es sei denn natürlich, zufällig spielt einer ein Artefakt-Deck. Ich glaube, dass man mit dieser Karte hier sehr wahrscheinlich nur die ganzen Soul Wings oder Arcane Cygnet zerstören kann. Die meisten Artefakte, die meiner Meinung nach mittlerweile nur auf dem Board liegen, sind irgendwelche Treasure-Token. Und die wollen wir hier auf keinen Fall zerstören, denn dann erhalten wir auch keine Plus-Eins-Plus-Eins-Marken. Teure Artefakte sind natürlich zum Beispiel Wurmcoil Engine oder Great Henge oder andere Karten mit hohen umgewalteten Mana-Kosten. Die sind aber aufgrund der teuren Euro-Preise meistens nicht in den Decks meiner Gegner vorhanden, weshalb ich mich entschieden habe, diese Karte rauszunehmen. Wenn ihr das Ganze natürlich anders seht, dann schreibt doch einfach mal in die Kommentare, welche Karte ihr stattdessen rausgenommen hättet. Die Karte, die ich stattdessen reinpacke, ist der Worldly Tutor, welcher insgesamt 8 Euro auf Card-Market kostet. Hier zählen natürlich dieselben Argumente wie beim Mystical Tutor. Hier haben wir eine gute Möglichkeit, eine schöne Kreatur aus unserem Deck herauszusuchen und oben auf die Bibliothek zu legen, die dann gleichzeitig mit unserem Commander synergieren kann. Zudem haben wir die Möglichkeit, hier auch noch eine schöne Mehrfolg-Karte aus unserem Deck herauszusuchen, die wir gerade benötigen. Ein paar Mehrfolg-Kreaturen zeige ich euch auch gleich in diesem Precon-Upgrade-Video, welche in dem Deck fehlen und mit dem Worldly Tutor perfekt rausgesucht werden können. Karte Nummer 4, die ich rausnehmen möchte, ist der Krondrix-Command. Insgesamt 3 Mana für einen Spontanzauber, der uns richtig viele Optionen gibt, aus der wir gleich 2 aussuchen können. Allerdings möchte ich keine Artefakte- oder Verzauberungskarte neutralisieren. Auch hier sind wir wieder spezialisiert auf sehr spezielle Decks, die hier eine Anti-Karte dann darstellt. Natürlich könnten wir auch 2 plus 1 plus 1 Marken auf Kreaturen unserer Wahl legen. Allerdings empfinde ich das nicht als besonders stark in diesem Deck, weshalb ich mich entschieden habe, sie einfach rauszunehmen. Stattdessen möchte ich eine weitere Verzauberung in dieses Deck reinpacken und zwar ist es Deep Root Pilgrimage. Eine Karte, die erst jetzt in dem Set Lost Cavern of Ixalan rausgekommen ist, nicht in dem Precon-Deck vorhanden ist, aber unbedingt rein muss. Aktuell kostet sie auf Card Market ungefähr 4 Euro. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass der Preis nochmal sinkt, sobald das Set rausgekommen ist. Also hier kommen wir dann nochmal mit dem Gesamtpreis etwas weiter runter. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich ungefähr bei 2 Euro einpendelt. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass sie eventuell nochmal krass durch die Decke geht. Denn immer wenn eine oder mehrere Nicht-Spielstein-Mehrvolk-Kreaturen, die wir kontrollieren, getappt werden, erzeugen wir einen 1-1er blauen Mehrvolk-Kreaturen-Spielstein mit Hexproof. Das heißt, er kann nicht mehr das Ziel von Zaubersprüchen und Fähigkeiten unserer Gegner werden. Einfach eine richtig gute Sache. So haben wir nämlich die Möglichkeit, mit den ganzen Fähigkeiten unserer Mehrvolks, die meistens darauf hinauslaufen, dass wir andere Mehrvolks tappen müssen, können wir dann nochmal gleichzeitig eine richtig große Armee aufbauen, die ebenfalls wieder getappt werden kann. Natürlich ist es so, dass wenn diese Spielsteine hier getappt werden, nicht neue Spielsteine erzeugen, das wäre natürlich zu schön. Trotzdem möchte ich auf diese Verzauberung nicht verzichten. Karte Nummer 5, die ich rausnehme, ist Tatjowa. Viele werden mich jetzt wahrscheinlich lünschen, wenn sie sehen, dass ich diese Karte rausnehme. Allerdings empfinde ich sie als zu teuer in diesem Deck. Natürlich haben wir in dieser Deckliste, die ich in die Videobeschreibung natürlich gepackt habe, noch ein paar mehr Kreaturen, die ziemlich teuer sind. Allerdings empfinde ich den Wert, den Tatjowa in diesem Deck bietet, nicht als allzu hoch, weshalb ich mich entschieden habe, sie rauszunehmen. Natürlich ist es so, dass sie in gewisser Weise mit unserem Commander synergiert, da wir hier wahrscheinlich auch immer richtig viele Landkarten auf unsere Hand bekommen und in unserem Spiel keinen Landdrop missen werden. Allerdings empfinde ich Tatjowa stärker, wenn man sie wirklich als Hauptkommander spielt und das ganze Deck danach ausrichten kann, dass man diese Landfallmechanik hier nutzen kann. Stattdessen möchte ich die Mehrfolg-Kreatur Vodalien Hexcatcher in dieses Deck reinpacken. Für insgesamt 2€ wahrscheinlich die günstigste Karte in diesem Precon-Upgrade-Video. Allerdings hat sie Flash und andere Mehrfolg-Kreaturen, die wir kontrollieren, erhalten plus 1 plus 1. Wenn wir einen Mehrfolg opfern, dann können wir einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch neutralisieren, es sei denn, ihr Beherrscher bezahlt ein generisches Mana. Gerade in Kombination mit der Verzauberung, die wir eben gesehen haben, ist das richtig Gold wert in diesem Deck. Gerade im Late Game ist es nämlich meistens so, dass unsere Gegner ihr ganzes Mana benutzen, um richtig teure Zaubersprüche zu spielen, um das Spiel nochmal zu reißen. Sei es zum Beispiel durch Boardwipes oder ähnliches. Ich habe schon einige Spiele gesehen, wo ein Mehrfolg-Deck ins Late Game gegangen ist und den Vodalien Hexcatcher draußen liegen hatten und diese Kreatur hat einfach das Spiel bestimmt. Mit dieser Karte oder den 2 Euro, die wir investiert haben, können wir unsere Win-Rate also ein kleines bisschen nach oben schieben. Karte Nummer 6, die ich rausnehme, ist Kyoras Follower. Eine Kreatur, die getappt werden kann, um eine andere bleibende Karte zu enttappen. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, schöne Kombos damit aufzubauen, allerdings bauen wir in diesem Deck gar nicht da drauf. Wir haben nicht sonderlich viele Kombos in diesem Deck, sondern haben ein Aggro-Deck, das viel und häufig angreifen möchte. Von daher war es eine leichte Entscheidung, diese Kreatur aus dem Deck zu nehmen. Wer allerdings vorhat, dieses Mehrfolg-Deck eher auf Kombos auszubauen, dem empfehle ich, diese Karte eventuell drin zu lassen. Stattdessen möchte ich die Tribal-Verzauberung Mero-Commerce in dieses Deck reinpacken. Für 3 Euro können wir zu Beginn unseres Endsteps erstmal alle Kreaturen, die wir kontrollieren, enttappen. Oder besser gesagt, wir enttappen alle Mehrfolg-Kreaturen, die wir kontrollieren. Da wir aber ein komplettes Mehrfolg-Deck haben, bis auf 2-3 Ausnahmen, enttappen wir also so gut wie jede Kreatur zu Beginn unseres Endsteps. So können wir also in diesem Aggro-lastigen Deck schön in jeder Kampfphase angreifen mit allen Kreaturen oder alle Fähigkeiten nutzen bis zum Erbrechen. Und am Ende des Zuges sind unsere ganzen Kreaturen noch ungetappt und unsere Gegner haben es super schwer auf uns oder uns anzugreifen und unsere Lebenspunkte runterzuschrauben. Karte Nummer 7, die rausgeht, ist Sage of Fables. Eine Mehrfolg-Zauberer-Kreatur, die besagt, dass immer wenn eine andere Zauberer-Kreatur, die wir kontrollieren, das Spielfeld betritt, erhält sie eine zusätzliche Plus-1-Plus-1-Marke. Das Doofe ist nur, wir spielen ein Mehrfolg-Deck und nicht unbedingt ein Zauberer-Deck. Viele Mehrfolg-Kreaturen sind natürlich auch Zauberer, allerdings nicht alle. Zudem müssen wir 2 generische Mana bezahlen und müssen eine Plus-1-Plus-1-Marke von einer Kreatur, die wir kontrollieren, nehmen, um eine Karte zu ziehen. Ich würde das etwas anders sehen bei dieser Kreatur, wenn die letzte Fähigkeit kein Mana kosten würde. Dann wäre diese Karte aber vermutlich zu stark. So ist sie allerdings ziemlich schwach und ich habe mich entschieden, sie rauszunehmen. Stattdessen möchte ich die Hexerei Racy Palisade in dieses Stack reinpacken. Diese Hexerei kostet 5 Mana oder 12 Euro auf Kart-Market und ist aus dem letzten Herr-der-Ringe-Set. Hierbei können wir uns einen Kreaturen-Typ aussuchen, wenn dieser Zauberspruch resolved und dann werden alle Kreaturen, die nicht den entsprechenden Kreaturen-Typ haben, zurück auf die Hand ihres Besitzers geschickt. Das ist also ein einseitiger Boardwip, wenn ihr mich fragt. Unsere ganzen Mehrfolg-Kreaturen bleiben natürlich schön auf dem Board liegen und die Verteidigungslinien unserer Gegner sind davon. Wir können also schön mit unseren ganzen Mehrfolg-Kreaturen angreifen, die zuvor durch unseren Commander und der Explore-Mechanik verstärkt wurden und unseren Gegnern richtig viele und schön Schadenspunkte zufügen. Ebenfalls geht der alternative Commander Xulatoyak The Smiling Flood aus diesem Deck raus. Und das ist aus folgendem Grund. Generell finde ich diese Karte gar nicht mal so schlecht. Wenn sie das Spielfeld betritt, können wir eine Flutmarke auf ein Land unserer Wall legen und dieses Land ist eine Insel zusätzlich zu ihren anderen Typen, solange eine Flutmarke auf dieser Karte drauf liegt. Zu Beginn unseres Endsteps enttappen wir dann jede bleibende Karte, die wir kontrollieren, mit einer Marke drauf. Damit können wir selbstverständlich alle unsere Mehrfolg-Kreaturen enttappen. Da Xulatoyak allerdings selber gar kein Mehrfolg ist, sondern ein Salamander Serpent, habe ich mich entschieden diese Karte rauszunehmen. Allerdings empfinde ich es auch als, ja, Verschwendung diese Karte einfach rauszunehmen und in unseren Ordner zu packen. Denn sicherlich kann man mit dieser Karte ein sehr schönes Deck selbst um diese Karte herumbauen. Ein gegnerisches Land mit dieser Flutmarke zu belegen und die Karte so zu einer Insel werden lassen, ist natürlich eine gute Möglichkeit, unsere ganzen Mehrfolg-Karten mit Island Walk, ja, so auszustatten, dass sie nicht mehr blockbar sind für einen Spieler. Allerdings empfinde ich die 6 Mana nur für diesen Case ziemlich übertrieben. Stattdessen möchte ich die Mehrfolg-Kreatur Tempest-Caller in dieses Deck reinpacken. Wenn sie das Spielfeld betritt, tappen wir alle Kreaturen, die ein Gegner unserer Wahl kontrolliert. Wir haben also hier einen ähnlichen Effekt, dass wir bei einem Gegner schön durchbrechen können. Sollten wir auf irgendeine Art und Weise diese Kreatur zufällig auf unsere Hand zurückbekommen, dann können wir das Ganze natürlich mehrfach einsetzen und mehrere Gegner damit überrennen. Für insgesamt 1 Euro finde ich das eine ziemlich gute Ergänzung in diesem Deck und habe mich gewundert, dass diese Karte es nicht in das Pre-Con-Deck schon seit vornherein geschafft hat. Auch die Hexerei Curse of the Swine sollte aus diesem Deck raus, zumal mit einer Hexerei können wir gar nicht so viel anfangen, denn diese Karte kann nur in unserem eigenen Zug ausgespielt werden und auch noch dann, wenn kein anderer Zauberspruch oder Fähigkeit auf dem Stack liegt. Wir bezahlen 2 Blaue und X Mana und können dann X Kreaturen unserer Wahl aus dem Spiel entfernen. Das ist natürlich erstmal gar nicht so schlecht. Für jede Kreatur, die wir exiled haben, bekommt der Beherrscher allerdings eine 2-2er Kreatur. Mit anderen Worten, wir haben nicht wirklich hiermit die Möglichkeit, die Verteidigungslinien unserer Gegner aufzubrechen. Natürlich ist es ein guter Removal, um mal den ein oder anderen Commander loszuwerden. Insgesamt finde ich die Karte aber viel zu unflexibel und ich möchte sie eigentlich nicht in meinem eigenen Zug spielen, sondern eventuell eher als Reaktion auf etwas anderes. Da sie allerdings kein Flash hat und kein Spontanzauber ist, können wir das mit dieser Karte leider nicht machen. Dafür packen wir den Sea Hunter in dieses Deck rein. Eine schöne alte Karte aus dem Set Nemesis aus dem Jahr 2000. Also zu dem Zeitpunkt habe ich ungefähr Magic angefangen. Ziemlich cool fertig, dass wir hier 3 Mana bezahlen können und diese Kreatur tappen können, um eine Mehrfolgkarte unserer Wahl aus der Bibliothek herauszusuchen und direkt ins Spielfeld zu legen. Ich meine, wie geil ist das denn bitte? Eine x-beliebige Mehrfolgkarte? Egal wie teuer diese ist? Ich brauche euch glaube ich nicht erklären, dass sie für 1€ eine perfekte Ergänzung für dieses Deck ist. Die letzte Karte, die wir rausnehmen, ist die Karte oder die Hexerei Explore. Hierbei ist es so, dass wir ein zusätzliches Land in unserem Zug spielen dürfen und wir dürfen sogar nochmal zusätzlich eine Karte ziehen. Sichergestellt ist natürlich mit unserem Commander, dass wir diese Landkarte sehr wahrscheinlich noch übrig haben auf unserer Hand. Allerdings ist es nicht wirklich ein guter Ramp in diesem Deck. Wir haben auch nicht wirklich eine Landfall-Mechanik in unserem Deck, weshalb wir darauf aus sind, unbedingt dieses zusätzliche Land zu spielen. Weshalb ich mich entschieden habe, diese Karte rauszunehmen. Die letzte Karte, die ich reinpacken möchte, ist die Verzauberung Cryptolite Ride. Hierbei ist es so, dass wir Kreaturen, die wir kontrollieren, tappen können, um ein Mana einer beliebigen Farbe zu unserem Mana Pool hinzufügen zu können. Bei den ganzen Mehrfolg-Kreaturen und Token, die wir erzeugen, ist das natürlich richtig gut. Denn so ist sichergestellt, dass die Karten, die wir mit unserem Commander nachziehen, auch auf jeden Fall aufs Board kommen können. Sollten wir zum Beispiel auch noch unsere ganzen Mehrfolg-Kreaturen zu Beginn des Endsteps enttappen können, können wir auch noch im nächsten Zug mit unseren Kreaturen eventuell die Fähigkeiten auslösen oder das Mana nutzen für weitere Spontanzauberkarten auf unserer Hand. Insgesamt wird unser Deck also flexibler. Diese Verzauberung kostet natürlich auch noch 10 Euro auf Kart-Market. Das zeigt aber eigentlich, wie gut diese Karte ist, da sie einen relativ hohen Preis hat. Für 2 Mana im Spiel können wir diese Karte allerdings früh im Spiel ausspielen und haben so im Gegensatz zu Explore eine bessere Möglichkeit, viel Mana aufs Board zu bringen. So, das war das Precon-Upgrade-Video zu Hakbal, dem Mehrfolg-Commander aus dem Set Lost Cavern of Ixalan. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das letzte Video mit den 400 Euro Precon-Upgrade-Video zum Vampir-Deck und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal hier bei Elder Demon Highlander. so schon ich möchte anjęteren